Es ist natürlich für uns auch eine Auszeichnung, dass wir jetzt die Ersten sein dürfen als Mannschaft, dass wir elektrisch fahren und ich denke, dass es auch eine Vorbildfunktion ist. Die Beschleunigung ist nochmal eine komplett andere Experience. Vom Fahren her war es von Anfang an richtig gut, hat Spaß gemacht. Wir sind halt Vorreiter, das ist auf jeden Fall schon mal cool und ich glaube, die anderen Jungs, die jetzt noch keinen eTron hatten, die werden eigentlich sehen, dass es vor allem in der Stadt auch Spaß macht. Nachhaltigkeit ist natürlich auch etwas Positives, etwas weiterzugeben, glaube ich auch auf die Menschen, die nach uns kommen werden und für mich ist es auch wichtig, einfach da was für die Umwelt zu tun. Erstmal finde ich, ist Nachhaltigkeit ein Thema, das die ganze Welt angeht und wir werden das auch gemeinsam mit Audi angehen. Wie began mit euch anuję자는? Wie war's das? Aber wenn wir noch ein bisschen mal alles gut waren, wenn wir uns glücklich, Vielen Dank.